Hi Leute, Master of Suicide hier. Sorry, ich war gerade am überlegen, ob ich die Musikleise erstelle. Ne, und da sind wir wieder bei Hyper Light Drifter. Ich habe jetzt hier mal keine Pause gemacht zwischendrin, damit ich noch schön drin bin. Könnt ihr ja auch sagen, man sollte mal kurz eine Pause machen, um wieder reinzukommen. Nein! Ich habe das Gefühl, hier ist der Punkt tatsächlich, dass ich umso besser ich drin bin, umso weiter komme ich. Nein! Oh, unschön. So knapp vor allem. Ach so, 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 unvorhergesehen meinerseits. Komm her, mein Freund. Komm aufs Maul. Na komm schon, Kasten, das ist zweites Ding, jetzt kann ich nicht wieder angreifen. Ahahaha. Nein, noch, Mensch, hör auf, zweiter Vergleich zu den Cisbon, das überfordert mich. Hui. Das wird ein sehr langer Bossrun. Ach, Mensch, hör auf, zweiter Vergleich zu den Cisbon, das überfordert mich. Ah, jetzt sind wir ein paar Minuten weiter nach vorne gekommen. Okay. Darf ich nicht so hetzen? Ich muss einfach warten. Es gibt genug Zeitpunkte, bei denen ich es gut schaffe, in Treffer reinzuhauen. Ich kann es mal einfach zum Beispiel einen Treffer, mehr nicht. Ach, komm schon. Wie kann es denn sein, dass der mich am Anfang immer einmal trifft? Woher geht es um so? Was ist denn los? Also, vor allem, dem Eingriff kann ich ja nachher perfekt ausweichen. Okay, perfekt nicht. Jetzt habe ich schon noch mal geforsetzt. Irgendjemand sehr klug ist mir mitteilt, dass ich... So, jetzt aber... Ach so, weil ich immer... Scheiß, heil. Du machst keinen Spaß mehr ab einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt bist du einfach nur noch ein Nerv töten. Wie sauer. Bäh. Na gut. Aber wenn wir es so negativ sind, dann wird das nichts. Also, an der Herausforderung wächst man, mein werter Freund. Und nach dir bin ich dann Gigant. Ach, der Punkt ist, ich muss schon, wenn er seine Bewegung macht, dann anfangen, umzudutschen. Dann kann ich dem Ganzen viel besser ausweichen, weil ich dann halt Reichweite für hab. Ah, shit. Unschön. 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 Okay, jetzt hat er aber tatsächlich einhalten können. Danke, dass du deine... Follower immer für mich entledigst. Deine kleinen Kotistenvögel müssen dich ja auch lieben, sonst wir hätten dich schon lange voller uns. Einfach lass uns auf, wie du dich in die Luft gejagt hast. Yes, yes. We did it. Puh. Säuft's. Anstrengend, aber spaßig. Also, mit zwischendurch leichten Rumgerages. Tut mir leid. Bin ich eigentlich kein Freund von. Ja. Na dann, jetzt die Unke. Die schaffen wir aber jetzt ohne Heiltrank. Am besten sogar ohne Verletzung. Na, au. Ich will das mir nicht mal angucken. Wer auch so höflich wartet, bis sie den Typen immer aufgefressen hat. Ja, sehr schön. Ja, komm. Sehr schön. Zack, zack. So, wir passen jetzt auf, dass wir nicht aus Versehen in eine der Feuersachen reinlutschen. Denn irgendwie möglich. Ah, verdammt, er ist auf uns drauf gehüpft. Das hätte ich euch vielleicht gar nicht sagen müssen, weil ihr es ja eh seht. Na gut, aber wir haben trotzdem keinen Heiltrank verbaut, nur noch drei Leben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Aua. Man merkt so richtig, wie der Musikübergang hier nicht so ganz so smooth ist, wie es in den Welten immer war, weil sie halt hier diesen... Ja, weil sie halt immer recht schnell ausgehen muss, damit kurz dazwischen ein Zeitpunkt der Stille ist. Hi. Glitzerkugli. Ich sollte mir für jeden so eine coole Spitze nach dem überlegen. Wobei ich sagen muss, dass von allen Bossen der eigentlich am interessantesten ist, von der Idee hier, was er ist. Weil der Sensenmann, der Bogenschütze, ja, das gibt's klar. Äh, gibt's Sinn. Was, was bist du? Du bist ja unterhacken kann und... Äh, bist du jetzt dann der Magier der Truppe, oder wie? Ein Bodycheck in der Magier. Magier möchte ich jetzt die Deadskisse wach. Also ein bisschen zumindest danach wirkt das... sieht das aus. So, der Ersten eben ausweichen und die Zweite zurückschlagen. Also versuchen. Na, komm. Au. Au. Oder wohl eher der Alchemist, Wissenschaftler, sowas. Na Gott, steh auf. Keine Falschmäßigkeit vortäuschen. Nur weil der Explosionen hat, heißt das noch lange hier nichts. Au. Na gut. So kann man sich natürlich auch um mich kümmern. No. Ja. Anstrengend, mein Freund. Anstrengend, aber lustig. Okay, das funktioniert jetzt ja nicht. Ach, komm schon. Wir wollen jetzt hier nicht geizen. Au, das war wieder blöde. Na gut. Na komm, wir haben schon fast eine halbe Stunde hier. Also nicht für ihn jetzt, sondern für den Run. Allgemein meine ich. Wir sind beim Vogel ein bisschen arg gehangen. Das Schöne an dem Rammen ist, dass er damit immer in meine Nähe kommt. Und dann kann man dem hier wieder schön ausweichen. Dann kommt hier der Ram, das Rammen. Weil sein Moveset ist tatsächlich nicht so spannend. Aber es tut so ein Zweck. Und manchmal ist man auch so dumm, irgendwas davon auszweichen. Vor allem das Rammen. Ah, die Explosionskugel. Nein. Schlitzerkugel im Anflug. Ich glaube, ich muss ein neues Thumbnail für die Vosfoss-Serie erstellen. Fällt mir gerade auf. Weil das sonst nicht mehr passt. Das alte. Ach, komm schon. Irgendwann schaffen wir es bei uns nicht immer von dem... Okay. Kugel, Kugel, äh, schubsen. Sozusagen. Schubsen. Oder da ist es wieder wie immer. Okay. Was sind das? Zielsucht-Dinger oder wie? Naja, sehen wir gleich. Komm Bombe, mach deinen Job. Bisschen Bonusschaden. Ähm, so. Er feuert die glücklicherweise. Äh, ha. Richtig schnell nacheinander. Ja, ha, ha, ha. Jetzt bin ich schon da dran. Das sehe ich jetzt schon. So. Ja. Das ist eine Art, Verfolgung zu kriegen. Wup, 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 wup. Das war total, äh... Unabsehbar und... Toll. Und ich, ich habe gar nicht gepennt oder so. Nein. Also das war nicht meine Schuld. Puh, puh. Artificial difficulty. Wie man es so schön bei Dark Souls-Spielern immer hört. Ah, he, he, au, aua. Okay. Puh. Aber kurz durch. Hat mir gar nicht so leicht bei der Musik. Kann man hauen. Äh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Bisschen mehr hauen. Bisschen mehr draufschießen. Wieder warten, bis sie wirft. Dann jetzt den Dash abwarten. Au, verdammt. Zu langsam. Ich dachte, das passt noch. Wow. Ich finde es schön lustig. Ah, also es... Scheint zumindest für mich so, dass die... Äh, anderen Kugeln... Vom Wurfmuster, dass er sozusagen zwischen die beiden anderen nochmal zwei reingepackt hat, vom... Der Geschwindigkeit her. Das ist halt einfach nur... Dass wir die gleiche Distanz unterm Strich abdecken. Oh. Nein, 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 nein. Ich bin hier nicht in deiner... Schussreichwerte... Also, Schussreichwerte bin ich immer. Das ist keiner dieser Bosse, der sich selber eine Arena sucht, die ihn behindert. De facto baut er sich ja seine Arena selber um, sodass sie Vorteil ist. Ich muss sagen, manche Bosse hier sind wirklich so... so geschicklichkeitsbasiert, manche sind so ein bisschen... schon fast Rätsel, in dem Sinne von, was der beste Weg ist. Und manche sind da so ein bisschen so... so ein... Ja, Walzer, Standard-Tanz. Also, man macht... hat immer so einen Abgiff... so einen... Standard-Ablauf, den man aber variieren kann, je nachdem. Mit ein paar Tricks und sowas. Aua. Und er ist dann immer der, der dann die Bomben zum Standard-Tanzen mitnimmt. Kein netter Move. Kein netter Move. Pah. Pah. Ah, dann guck mal her, mal falsch. Aha. So. Endlich schaff ich's mal. Kugel, Kugel. De facto spielt er ziemlich wie wir, ey. Meleet, dann nimmt er den Mele-Schaden, den er hat's in den Kugeln. Au. Na, komm schon. Das war zu viel Verletzung. Wer kommt denn jetzt denn noch? Der Sensen-Mann, der Bogenschütze. Und unser Lieblings-Boss, aber diesmal ohne Rund- Ähm. Ähm. Hat der sich gerade selber in die Luft gelegt und wir haben gewonnen? Was war da los? Anscheinend. Gebe pura. Äh, glaub ich. Verwirrung betre- äh, schreibt mein Geist ist nicht mehr komplett. Okay, wir haben keinen Rundumschlag, um deinen Anfang, äh, kaputz zu machen. Deswegen nehmen wir das Zweitbeste, was wir dafür haben. Aua. Mähu. Da hat man gerade sich so schön seine Strategie zurechtgelegt mit seinen alten Moves, kommt wieder rein. Oh, mischt. My old Moves are useless hier. Jetzt kommt vielleicht der Dash. Ah, da haben wir dich wieder. Von dem Boss war tatsächlich ein recht großer Teil die Überraschung, wo er kam. Obwohl das auf den Raum ein bisschen offensichtlich war damals. Äh, sagen wir so, beim ersten Mal war es komplett überraschend. Beim zweiten Spieldurchlauf habe ich mich zwar nicht daran erinnert, aber ich wusste noch, dass irgendwo mal so eine was in Richtung Mimikrieg kam. Aber ich wusste nicht mehr, ob es Erfahrung, Leben oder eben das Ding ist. Hi, Sensenmann. Au. Er hat mich unschön begrüßt. Ah, stimmt. Die hier hatte ich schon mit ziemlich viel Zeug gekauft. Äh, also viel viel von meinen Skills bekämpft. Da ist es jetzt tatsächlich ähm, okay. Das Loch habe ich bisher gekonzentriert bei jedem Kampf zwischen uns. Außerdem jetzt. Ich finde es so schön, dieses, wie es ihn zurücktreibt, sobald er seine Waffe fängt. Au. Also diesen, er hüpft so ein bisschen rückwärts und muss ich dann erst hier Schlüssel über den Boden, weil das ja eine recht, recht große Sense ist, trotz der Laserplasma-Klinge. Warte mal, das ist auch so eine Hyper-Light-Klinge, wie wir sie haben. Okay. Das ist natürlich interessant. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Au. Glücklicherweise schmeißt er seine Sense nicht allzu effizient durch die Gegend. Also sie macht schon Schaden und sie trifft auch recht gut, aber sie ist nicht nicht ganz so schlimm zum Ausweichen wie andere Moves von anderen Bossen. Na, ich hatte eigentlich jetzt schon den Kreisel von dir erwartet. Tank rein. Das läuft gerade so schön gut. Da will ich mich nicht rauslassen, weil ich einmal einen blöden Fehler mache. Na, komm schon. Da ist er zu weit weg, da komme ich nicht an die Hand so. Wow. Nein. Nein. Ich komme nicht in der Tornado des Todes. Verdammt, das Ding fängt ja nach Kugeln ab, das habe ich. Nicht realisiert bisher. Nein. Wieder dieses typische, das machen wir jetzt noch schnell. Sonst hätte ich das jetzt noch geschafft mit vollem Leben. Na gut. Seufzt. Seufzt, seufzt, seufzt. Aua. Passt du denn noch in diese Folge rein? Ja, dann kriegen wir den Run jetzt vielleicht sogar noch fertig. Na gut, wir haben vier Heiltränke für den Bogenschützen und den Final Boss. Der Final Boss, da brauche ich tatsächlich einen, glaube ich. Ne, nein. Das ist natürlich lustig. Man läuft unten rein, kommt oben wieder raus. Ach, Mist. Jetzt fängt, wenn ich das kumgestarkste Überall an. Das sind ja nur noch drei Treffer, aber... Sehr schön. Drei Heilpacks und halbes Leben für den Final Boss. Dann haben wir das schon mal. Ich finde es schön, wie mich die komischen Forschungslabor Invasoren oder Projekte, ich weiß ja nicht, was es sind, gar nicht mal so schwer beschäftigen, aber die der Vogel und das andere Ding hat viel mehr... Also der Vogel und der Kristallkönig. Die Kröte ist auch nicht so. Na doch, die Kröte kann schon passen. Klar. Jetzt kommt wieder das blöde Geräusch. Mein Name im Kopf. Bitte. Ich dachte, wir heilen uns doch tatsächlich mal voll. Bevor wir jetzt in irgendwas gefangen werden, was seltsamerweise mehr als zwei Schaden macht. Äh, über diesen Laser-Vertrinkler. Hast du gerade in die Richtung geschossen? Das ist kein fürn Geräusch. Ha, schön Zack, zack, zack Boss Raj Level 2 Nice Mittlere Schwierigkeit, glaube ich Sollte das heißen Sehr schön Dann danke ich fürs Zusehen Für die heutige Folge Und wir schauen jetzt noch schnell rein Ob wir den noch machen Nichts anderes als ihre Pistole Das klingt so falsch Okay, das heißt, wenn ich jetzt nachschaue Hab ich Na Hier Okay Also ich kann nicht mal Kugeln reflektieren Ähm Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will Schauen wir mal Also ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen Und Ja Wenn noch eine Folge kommt Nachdem Dann hab ich mich hier nicht so angestellt Dass es zum Heulen ist Wenn keine Folge mehr kommt Dann war mir das zu blöde Also wir sehen uns beim nächsten Mal Master Suicide Lass ein Like beim Kommentar da Master Suicide Over and Out Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will Aber drüben Also ich bin Ich bin Vielen Dank.